Hallo zusammen, mein Name ist Björn Friedrich, ich bin Produkttrainer in der Leica Sportoptik. Ich habe euch meinen Kollegen mitgebracht. Mein Name ist Ferdinand Mokwitz, ich bin Produktmanager in der Leica Sportoptik. Wir befinden uns hier am Forsthaus Altenberg im Jagdrevier der Firma Leica. Wir werden euch jetzt die beiden Leica Calo-Nox Wärmebildgeräte vorstellen. Zum einen das Calo-Nox View als reines Beobachtungsgerät, zum anderen das Calo-Nox Side als Kombigerät, sowohl zur Beobachtung als auch als Clip-on-Gerät, als Vorsatzgerät für ein Ziefernrohr. Ferdinand, sag mal, wie kommen denn die Namen Calo-Nox, wie kommt der zustande? Der Name Calo-Nox setzt sich aus den lateinischen Wörtern Calor für Wärme und Nox die Nacht zusammen und bedeutet dann eben Wärme in der Nacht. Björn, jetzt stell uns doch mal bitte das Calo-Nox View vor. Hier habe ich jetzt das Calo-Nox View in der Hand. Als erstes, was auffällt, ist das komplett eigenständige Design, anders als alle anderen Wärmebildkameras, die zurzeit auf dem Markt erhältlich sind. Hier vorne das Fokussierrad, der Dioptrienausgleich hier hinten und das komplette Menü wird gesteuert über nur drei Bedienknöpfe. Ein kleines, aber wesentliches Detail sind die beiden Ösen für den Trageriemen, welche es ermöglichen, das Calo-Nox wie ein Fernglas beim Pirschen um den Hals zu tragen, ohne dass es dann vor der Brust immer hin und her schwingt. Was ist jetzt eigentlich das Besondere am Calo-Nox View? Das ist die überragende Bildqualität auf einem bislang unerreichten Level, muss man ganz klar sagen an dieser Stelle. Wie kommt das zustande? Das macht zum einen der Vanadium-Oxid-Sensor mit einer Größe von 640x512 Pixeln bei 12 µm Pixelgröße und einem sehr großen Display von 1280x960 Pixeln. Verbunden mit der Leica Image-Optimierung Lio. Das ist ein Algorithmus, bei dem Kontrast und Schärfe per Software weiter verbessert werden. Und diese Kombination sorgt einfach für eine hervorragende Bildqualität und dadurch erreichen wir auch eine Erfassungsreichweite von 3000 Metern. Im Übrigen ist es so, dass dieser Algorithmus bereits seit Jahrzehnten in den Leica Digitalkameras verwendet wird und natürlich auch weiterentwickelt wird. Und die Kombination aus diesem Zusammenspiel erzielt am Ende einfach eine Abbildungsleistung, die so noch nicht da gewesen ist. Kommen wir jetzt zur Bedienung vom Calo Nox View. Wie ich eben angesprochen habe, bedienen wir das ganze Gerät über drei Tasten. Die erste Taste hier vorne, die mit dem Plus gekennzeichnet ist, ist der Schalter zum An- und Ausschalten des Gerätes. Für die Stand-Fi-Funktion, wenn ich denn im Beobachtungsmodus an sich drin bin. Für die Kalibrierung im Beobachtungsmodus. Und natürlich für die Menüsteuerung, um im Menüpunkt einen Punkt nach oben zu gehen. Die eigentliche Menü-Taste ist die kleine mittlere Taste. Die ist mit zwei Menüs letztendlich hinterlegt oder mit zwei Funktionen hinterlegt. Ein kurzer Druck, ich komme ins Menü 1, was letztendlich das Hauptmenü ist. Alles, wo es denn um die Bildbearbeitung, um die Bildqualität geht. Mit einem langen Druck auf die Menü-Taste komme ich in das Menü 2. Das ist das mehr technische Menü, da wird uns der Ferdinand nachher noch was zu sagen. Und die hintere Taste, die Minus-Taste beim Kalonox View, ist innerhalb des Beobachtungsmodus für die Foto- und Videofunktion. Ein kurzer Druck nimmt die Kamera ein Foto auf. Ein langer Druck wird die Videoaufnahme gestartet. Und nochmal ein langer Druck wird die Videoaufnahme wieder gestoppt. Kommen wir jetzt zum Menü 1 der Kamera, also ein kurzer Druck auf die Menü-Taste. Das Menü sieht folgendermaßen aus. Ich habe im oberen Bereich den Zoom-Faktor 1 bis 4. Das Gerät hat eine Basisvergrößerung von 2,5. Also das heißt, bei 1 mal 2,5 habe ich eine 2,5-fache Vergrößerung, bei 2 mal 2,5 eine 5-fache Vergrößerung und so weiter. Also eine maximal 10-fache digitale Vergrößerung. Der Punkt 2 kann ich die Helligkeit des Gerätes, des Displays in vier Stufen steuern. Nummer 3 ist die Farbmodi-Funktion. Hier der Klassiker oder die Klassiker White Hot, Black Hot, Red Hot und Rainbow. Wir empfehlen an dieser Stelle für die beste Detailerkennung beim Beobachten den Modus White Hot. Und als letzten und vierten Punkt in diesem Menü die Kontrasteinstellung, auch in vier Stufen regelbar, von geringem oder weichem Kontrast bis hin zu scharfem Kontrast in der Position Nummer 4. Mit einem langen Druck auf die Menü-Taste hier in der Mitte gelangt man in die zweite Menü-Ebene. Als erstes lässt sich dort die Video-Out-Funktion auswählen, womit ich das Gerät per Kabel an einen externen Monitor anschließen kann und dort dann im Ausgabeformat PAL über einen Chin-Stecker das Bild auf dem Monitor dargestellt bekomme. Als nächstes die Funktion Wi-Fi beim Carlo Nox View. Mit der Wi-Fi-Funktion kann ich das Carlo Nox View mit der App verbinden und habe dort die Möglichkeit, dann auf dem Smartphone einen Livestream zu sehen, ein Foto zu machen oder eine Videoaufzeichnung. Als nächstes kommt der Ultra-Clear-Mode. Das ist eine Funktion, mit der ich bei schlechten Wetterverhältnissen wie zum Beispiel Nebel oder Regen das Bild verbessern kann. Display-Kompass bedeutet, dass ich den Kompass im Startbild einblenden oder ausblenden kann. Dann kommt der Calibration-Mode. Calibrierung bedeutet, dass ich das Bild auffrische. Die Bildqualität lässt nach einer gewissen Zeit nach. Das ist bei Wärmebildkameras ein ganz normaler Vorgang. Hier gibt es die Auswahlmöglichkeit Automatik. Dann macht das Gerät das selbstständig, indem es den Shutter vor dem Sensor bedient. Manuell. Dann wird das Ganze ausgelöst über einen Druck auf die Plus-Taste. Oder aber Background-Calibration. Das bedeutet, man muss die Objektivlinse mit dem Schutzdeckel abdecken, löst dann die Kalibrierung aus. In diesem Fall greift der Sensor die Wärme dann über die Objektivlinse ab und erneuert das Bild. Diese Art der Kalibrierung ist die gründlichste und die beste. Mit dem Menüpunkt More gelangt man in die dritte Menüebene. In der dritten Menüebene kommt als erstes der Punkt Compass Calibration. Das kennt man vom Smartphone. Hier wird der Kompass kalibriert, indem man das Gerät in der angezeigten Richtung bewegt. Punkt 2 ist die Pixels Defect Correction. Hier gibt es die Möglichkeit, mit einem Cursor, den ich mit Plus und Minus steuere, den defekten Pixel anzuwählen und dann zu reaktivieren. Mit einem langen Druck auf Plus und Minus gleichzeitig. Punkt 3 ist die System Information. Hier werden Daten angezeigt wie Firmware, Seriennummer, Hardware-Stand. Punkt Nummer 4 ist das Factory Reset. Hier hat man die Möglichkeit, das Gerät auf den Auslieferungszustand zurückzusetzen. Ein weiterer Punkt ist dann am Ende Return to Main Menu, wo ich in die zweite Menüebene zurückkommen kann. Wir haben euch jetzt einen Überblick über das Calonox View gegeben. Und jetzt müsst ihr es einfach mal selber ausprobieren. Selber Eindrücke sammeln, selber die Erfahrung machen, was für eine tolle Abbildungsleistung dieses Gerät bietet. Oder Björn? Genau, wie unsere letzten Gäste, die wir hier hatten bei den letzten beiden Events hier am Forsthaus Altenberg, die natürlich ihre eigenen Wärmebildkameras dabei hatten und haben diese mit dem Calonox View direkt vergleichen können im Revier. Und jeder dieser Kunden hat gesagt, dass also die Abbildungsleistung vom Calonox View signifikant besser ist, als das, was sie bis dato mit ihren Wärmebildkameras gesehen haben. Probiert es einfach aus, ihr werdet begeistert sein. Abbildungsleistung vom Calonox View signifikant besser ist,